Doch kaum war sie aus dem Haus, rief die rote Grete schon. Kennt ihr meine neuste Mode? Kommt mal mit ans Telefon. Takt sucht immer nur das Angenehme zu betonen und trachtet Unangenehmes, das zu berühren, vielleicht ganz unvermeidlich ist, von der wenigst verletzenden Zeit herzunehmen, ohne irgendeinen Stachel hervorzukehren. Mein kleiner, grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hollari, hollari, hollamon. Was brauch ich, rote Rosen, was brauch ich, roten Mond. Hollari, hollari, hollamon. Und wenn ein Böse wischt, was Ungezogenes bricht, dann hol ich meinen Kaktus und der stecht, der stecht. Jede Frau hat ihr süßes Geheimnis. Oft ganz klein, doch gehört's ihr allein.